Alles fing an einem Abend letzten Sommer an. Ich will gar nicht lange bleiben, wollte nur mal schnell Hallo sagen. Wo ist die Mom? Sie ist gegangen. Ich verstehe das nicht. Na dann willkommen im Club. Mom hat Dad verlassen. Wie schön für sie. Warum ich immer alles zuletzt erfahre, ist mir ein Rätsel. Ich bin die Älteste und erfahre immer alles zuletzt. Wo könnte Mom hinwollen? Afrika. Wieso regst du dich denn plötzlich so auf? Als Benni beschloss, einen kleinen Ausflug mit seinem Vater zu machen. Du tust das Beste für deinen Vater, wenn du einfach weiterfährst. Dieser Scheißwasserhahn hat mich vollgespritzt. Amusier dich heute einfach mal mit ihm. Du sagst doch immer, dass ihr nie viel Zeit miteinander verbringen konntet. Und was als Vergnügungsfahrt begann, endete als... Genau deshalb ist Mom gegangen. Deswegen denn? Wegen dir. Du hast immer irgendeinen Grund, irgendetwas nicht zu tun. Ich weiß nicht, was sie will. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich weiß eigentlich gar nichts. Hey! Hey! Scheiße! Oh Mann! Was haben wir zum Beispiel nicht getan? Wir haben nie gekämmt. Gekämmt? Wer zum Teufel kämmt schon? Das ist ein 1936er Ford. Entschuldigen Sie bitte! Nehmen Sie Kreditkarten! Ja, aber du kannst ihn doch nicht einfach kaufen! So stellt man sich das bei Vätern und Söhnen vor, weißt du? Dass sie sowas zusammen tun. Sie fahren mit dem Zelt los, campen und angeln. Halt still! Was machst du denn da? Was soll das? Wieso denn? Der Fisch lebt ja noch. Klar lebt der noch. Ich habe ihn gerade aus dem Wasser gezogen. Wieso schlägst du ihn denn da? Ich schlag ihn doch. Das hast du. Warum schlägst du einen Fisch? Hey! Möchten Sie Freikarten für das große Spiel? Was für ein Spiel! Hey! Hey! Möcht! Was ist? Entschuldigung! 100 Mäuse pro Spiel. Gut, abgemacht. 100 Dollar. Was hat mir gesagt? 100 Dollar pro Spiel? Ja, ich glaube, so war das. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ach, das ist das, was ich will. Ich schätze, das ist doch alles, was Mom wollte. Nur hätte sie dabei gerne neben dir gesessen. Es tut mir leid. Danke, dass du mein kleiner Junge bist, Benny. Danke, dass du mein Daddy bist. Es ist mir ein Vergnügen. New Films International präsentiert Reine Familiensache mit Peter Fork, Paul Reiser, Olympia Dukakis und Elizabeth Perkins. Reine Familiensache Wie war die Farm? Was für eine Farm? Mir erzählt nie irgendjemand irgendwas.